Wir befinden uns jetzt im Ringgebiet Eichfeldt-Leom. Da haben wir zwei Versuchsflächen. Einmal haben wir teilflächenspezifisch ausgesät und einmal haben wir teilflächenspezifisch gedüngt. Und heute werden wir die Ernteergebnisse einfahren. Wir werden dafür die Patellen austreschen, werden auf die Brückenwaage fahren und werden schauen, was in den einzelnen Patienten wirklich ein Mehrertrag zu erzielen ist. Nachdem Sie die Brückenwaage fahren müssen,